Ah, Moment! Ihr zwei, ihr steht ja schonmal da so perfekt für. Ich bin der Blucher! Nein, du bist der unadlige, der unadlige Typ. Also der Knecht, meine ich. Und du bist der adlige Typ. Was? Ich? Ein Bein? Du kannst das sehen, du siehst du aus, dass du denkst, allein deutlich du. Dafür hab ich wieder extra wachsen. Mit Heißwachsen. Ah, Moment! Also nun folgt das Lied über den wohlgesuchten Hände, der einst auf die Wiese ging, um dort einen Tag zu schauen, um dort mit der Holger... ...und am liebigen Blüte. Ja. Vier. Das habt ihr nicht mitgemacht. Nein. Vier. 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 Seid ein grobe Meide, doch sprach der Wohlgezogenknecht, Seid ein grobe Meide, doch sprach der Wohlgezogenknecht und würd' ich seine Trage. So sprach der Wohlgezogenknecht und würd' ich seine Trage. Spannung! 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 Spannung!